Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns 3D. Wir machen endlich, endlich, endlich wieder weiter in der Vulkanwelt natürlich. 8.3 Schienen-BBQ. Nach gefühlt einem halben Jahrzehnt, wobei das gar nicht stimmt, sondern eher einem halben Jahr, seit dem Release von Super Mario 3D World ist es wirklich schon so lange her. Ja, damals der letzte Donkey Kong Country Returns 3D Part. Aber nun geht es endlich weiter in der letzten Welt. Vorerst die letzte Welt, aber es gibt ja noch das neue Feature, das ja gekommen ist zu der 3DS-Version. Man hat noch ein paar neue Level entwickelt und das wisst ihr bestimmt und die will ich jetzt natürlich auch noch euch präsentieren. Nach all der Zeit muss ich mal wieder etwas machen, für meine Hände und für meine Stimme, da sie ja wieder rumratschen wird. Okay, immer schön aufpassen. Ja, der erste Bonusraum seit langem. Erster Bonusraum, oh sehr schön, 0,9.9. Der erste Bonusraum seit Donkey Kong Country Tropical Freeze. Tropische Fretze. Okay, gut, die Kombustaben, ihr wisst ja, bleiben nie gespeichert, nur die Puzzleteile. Das Einzige, was gespeichert bleibt, insofern. Was, ich kann da draufstehen? Okay. Oh, und er hat es nicht geschafft. Naja, egal. Der erste Tod und ich habe sogar die 70 erreicht, von der Balance her. Ist doch gut. Ist doch prima. Ja, freien wir uns doch, Tripper. Okay, ich sollte nicht bei dir. Oder, oder? Ja, mei. Ne, okay, ich hör auf. Keine Panik auf der Titanic. Okay. Ja, und da oben hin zu gelangen, ist auch nicht so einfach. Schauen wir mal. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie ich da oben hin gelangen soll. Das ist echt schwer. Ich habe es ja gerade nicht geschafft. Und so viel Platz. Oh, geschafft. Okay, gut. Sehr schön, Puzzleteile bleibt ja gespeichert. Ducken. Wow, 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 wow. Achtung, Achtung. Ah, schade. Aber okay, zumindest muss ich das Puzzleteile nicht mehr holen. Huh. Gut, aber ich hoffe, es kommt bald ein Speicherpunkt. Weil ich möchte natürlich auch noch ein zweites Level schaffen, was natürlich unvorstellbar ist. Weil das ist der Anfang. Sozusagen. Aber ja, eigentlich von der Zeit her ich habe da noch kein Checkpoint erreicht, aber schauen wir mal, was da noch kommen wird. Alter, jetzt soll es doch an der Scheiße nicht aufhören. Scheitern. Ja, das Wort Scheitern hat mir gefehlt. Ich komme jetzt aber konzentrieren. Ich weiß, es wird schwer, weil es ist ein bisschen spät und Eltern wollen schlafen. Und ich darf ja nicht so laut schreien. naja, sie wollen eigentlich nur nicht schlafen. Sie schauen auf Fernsehen, aber bald werden sie schlafen gehen und wenn man da irgendwas Falsches sagt, dann könnte es böse enden. Ach, du Scheiße. Macht nix. Macht nix. Okay, ich wäre jetzt bei Donkey Kong Country Tropical Freeze schon gestorben, aber hier darf man mit Pussy Mode mit drei Herzen überleben. Danke dafür und weiter geht's. Wow. Das war knapp und ich bin tot und ich lebe noch und ich bin tot und ich lebe nicht mehr. Aber ich hätte es. Ja, jetzt war der Instant Death. Ich weiß es nicht. Aber okay, zumindest haben wir das vierte Puzzleteil schon mal gesichert und müssen da nicht noch einmal vorbeischauen. Ich würde es natürlich lieb gerne machen. Okay, man ist nicht Instant Death, aber ich habe doch schon große Angst vor diesen Typen. Ja, was heißt Angst? Fuck. Komm, Puzzleteil. Dankeschön. Warum wusste ich das? Ah, ich weiß halt alles. Okay, jetzt nicht angeben. Einfach drauf los. Scheiße, da bringt mir der G-Buchstabe jetzt auch nicht so viel. Okay, wir haben alles. Also die Level sind viel kürzer als Tropical Freeze. Okay, da darf man sich überhaupt nicht ducken. Dankeschön. Fuck me. Nein. Der nicht. Der hätte mich nicht focken sollen. Fuck, fuck, fuck. That's all, fuck. Okay, aber so schlimm. Doch, das Level ist schlimm. Ich sage euch jetzt genau einen Grund, warum das Level schlimm ist. Und diesen Grund möchte ich gerne für mich behalten. Ansonsten wird das Video gesperrt. Nee, Spaß. Ach, jetzt hör mal auf. Ja, ha. Und dann noch so unglücklich da drauf. Fallen auf den Kerl. Ja. Das ist wirklich schade. Ich habe hier einige Leben. Noch. Ich glaube, den werde ich auch bis zum Endbosskampf behalten. Der Endbosskampf ist echt nicht lustig. Vor allen Dingen im Spiegel-Mode. Aber ich habe es dann doch geschafft. Damals irgendwann. Ich weiß nicht mehr wann. Aber damals war es auf jeden Fall so weit. Und. Jo. Das war zwar nicht das letzte Level. Damals. Wo? Und dann passt dir der Sprung nicht. Er war perfekt zum G-Buchstaben. Aber. Zum Ende halt nicht. Für das Ziel hat es noch nicht gereicht. Heute habe ich leider kein Ziel für dich. Warum? Darum. Hä? Okay, das wird jetzt langsam echt nervig. Ich weiß, warum ich dieses Spiel seit damals nicht mehr gespielt habe. Ich habe es auch wirklich seit damals nicht mehr gespielt. Boah. Mir drückt es gerade richtig in den Bauch ein. Alter. Ey, ich hasse diese Sprünge. In Tropical Freeze haben die immer gesitzt, aber. Das ist ein Problem. Wenn du nicht. Genau. Da hätte ich getroffen bei Tropical Freeze. Da hätte ich getroffen. Da wäre ich einfach weitergefahren. Aber hier. Nö. Fliegst halt raus. Hast kein Deutsche Bahn Ticket. Raus. Das ist keine Deutsche Bahn. Egal. Donkey Bahn. DB. If you know what I mean. Okay, ich habe das Bild ein bisschen verruckelt. Aber vielleicht könnte es ja mit dem falschen Bild. Natürlich. Mit dem falschen Bild passen. Okay. Hoffentlich stürzt jetzt nichts an. Weil. Das kenne ich. Mein Bauch, Alter. Boah. Ich habe keinen Hunger. Aber mich drückt es gerade richtig rein. Danke für den Ballon. Aber. Der. Den habe ich nicht gebraucht. In dem Fall. Ey. Leck mich doch. Arsch. Ich wollte das nächste Level auch noch machen. Aber das wird wahrscheinlich nichts mehr. Alter, was habe ich denn gegessen? Dass es mir so in den Bauch reindrückt. Boah. Das ist wie so eine pulsierende Ader im Bauch. Gerade. Das ist echt nicht lustig. Muss mich ein bisschen schlagen hier. Und auch zusammenreißen. Weil. Ich will das ja irgendwann auch mal schaffen. Okay, der war knapp. Der war auch gut. Der war schlecht. Nein. Das wird wahnsinnig. Aber. Ich will das noch unter 10 Minuten schaffen. Weil dann kann ich das zweite Level auch nochmal anspielen. Ich weiß gar nicht mehr. Was das für ein Level war. Kommt dann in dem Falle drauf an. Wie schnell ich das schaffe. Wahrscheinlich auch. So 10 Minuten für das nächste Level. Aber das muss jetzt der perfekte. Sprung sein. Oder die perfekten Sprünge halt. Man weiß ja nicht. Und was heißt hier. Man weiß nie. Natürlich müssen die perfekten Sprünge sein. Einen voran der. Der. Und der letzte hat auch gesetzt. Äh, gesessen. Fick dich. Ich hab nichts gesagt. Naja, zumindest haben wir ja alles. Und die Bildergalerie. Natürlich, wie immer, wurde auch aktualisiert. Immer schön alle Kong-Bustaben einsammeln. Für das letzte K-Level. Gut, dass ich die schon mal alle hinter mir hab. So, dann geht's hier zu 8.5. Steiniges auf und ab. Aber wir müssen ja noch in Cranky Kongs Laden vorbeischauen. Nicht in Funky Kongs Laden. Cranky Kongs Laden. Und auch jetzt mal den Kartenschlüssel. Und verabschönen es wieder. Aber wir wollen ja 8.4 auch noch spielen. Und jetzt raus mit dir aus Deutsch-Affenland. Im Schla-Affenland. Okay, 8.4 ist nun freispielbar. Ra- Nein, ich habe nicht Rausch-Gipfel gelesen. Rausch-Gipfel heißt das Ganze. Und mal schauen. Ob wir da hohen Besucher erwarten werden. Da haben wir schon gerade Rambi gesehen. Das heißt, wir können ihn auch benutzen. Und sogar Dicay. Also Dicay. Komm, ist mit von der Partie. Das heißt, alle wieder vereint. Im zweiten Level. Da habe ich jetzt vergessen, dass ich die Dixie-Fähigkeit nicht mehr besitze. Es tut mir leid, ihnen mitteilen zu dürfen. Oh mein Gott. Okay, jetzt mache ich das nicht mehr. Weil mit Dixie konnte ich mich ja immer noch retten. Aber jetzt könnte es ganz lustig werden ohne Dixie. Sehr lustig. Ja, obwohl. Oh, dankeschön. Fünf Prozentteile wieder. Und mal sehen, ob wir das alles im First-Try, also im First-Try von dem Level-Abschluss schaffen werden. Ich wäre mir da nicht so sicher, aber schauen wir mal. Okay, runter von dem guten Rambi. Und weiter geht's, weil der wird ja alles zerstören. Okay, wieder runter. Ah, habe ich jetzt ein bisschen schlecht gemacht. Oh, jetzt muss der Sprung aber sitzen, ne? Oh! Dankeschön, mein lieber Freund. Das hast du super gemacht. Danke, du blöder, blöder Verrückter. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich. Ich darf recht herzlich danken für dieses Geschenk, was sie mir gemacht haben. Ich bin Master Reich Aranecki. Aber Ruhe und Frieden, ne? Ist ja leider schon verstanden. Okay. Zum Anfang müssen wir ja nicht mehr, obwohl die Bananen... Naja. Naja, naja. Die Bananen lassen wir aber Bananen sein am Anfang. Und wir müssen hier sowieso runter. Einmal dafür und einmal deswegen. Das zweite Puzzleteil. Lauf, mein mütiger Freund. Lauf. Da haben wir einige Bananen liegen, liegen, ein Tee uns aber kein Puzzleteil einbringen. Okay. Müssen wir da irgendwie was machen? Kann mich natürlich überhaupt nicht daran erinnern. Ich wisst ja, wie das ist. Okay. Ja, da ist er gerade zerplatscht worden. Okay. Hey. Das könnte ein bisschen risikoreich werden, aber... Kein Problem. Das macht mir überhaupt nichts aus. Bisschen Risiko. Mit Risiko muss man ja spielen. Okay. Ähm. Ja. Passt eigentlich von den Puzzleteilen her. Und auch von den Kompostaben. Für den ersten Checkpoint ist das... Okay. Aber wir sollten uns nie sicher sein. Das könnte überall etwas lauern. Okay. Wir stürzen einige Sachen ein. Und hier können wir was einsammeln. Können wir ein paar Bananen uns wieder hinzuverdienen. Und... Das dritte... Puzzleteil. So muss ich ja auch wieder runter irgendwas machen. Sieht natürlich verlockend aus, aber ich glaube, unser Ramy verschwindet dann. Na, mit der Zeit. Sieht nicht so danach aus. Aber ich trau den Braten nicht. Genau aus diesem Grund. Vier von fünf. Und Buchstabe N noch nicht in Sicht. Jo, jo. Ich glaube, das macht uns instant death. Da bin ich mir natürlich nicht sicher, aber... Irgendwie... Ich... Ich... Wie gesagt, ich trau den Braten nicht. Okay, da... Sag ich ja. Ja, ist sowas... Oh, oh. Ah, ne, da hinten ist Didi, aber... Von... Dem anderen Kerl nichts zu sehen, ne? Okay, da ist er. Gut. Also hinten ist Didi und... Ich sag ja instant death. Okay, hinten Didi, vorne... Ramy. Okay, das macht die Sache alles nur noch schlimmer, da wir wissen, dass es instant death ist. Helfen sechs... Helfen sechs Herzen überhaupt nichts. Aber... Okay, oh, 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 oh. Huh. Fühlt man sich glatt um 18 Jahre jünger, aber ich bin ja erst 15 geworden. Letztens. Vor ein paar Tagen. Am Oster. Motherfucking Sonntag. Lauf. Mein Schatz. Lauf. Es stimmt mich nicht glücklich, dass wir nur vier Puzzleteile haben. Oh my God. Laufen daneben, laufen daneben, laufen daneben. Hä? Wer hätte ich das denn anders machen sollen? Ach nö, jetzt sind wir da. Egal. Scheiß mal kurz auf Didi, weil ich hab hier grad ne Pflicht zu erfüllen. Oh. Und auch doch nicht. Puh. Ja, holen wir den Didi lieber zurück. Der ist ein guter Hauptsponsor für uns. Warum Hauptsponsor? Ich hab keine Ahnung. Red Bull Leipzig. Ne. Die heißen ja Rasenballsport Leipzig. Verdammte. Hä? Bäh, 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 bäh. Ach, das ist gar nicht da. Das ist noch eins weiter. Er sagt das doch gleich. Dankeschön. Ach, Mann. Ich komm nie wieder zum Ende. Ich werde nie wieder dorthin gelangen. Und das meine ich jetzt nicht als Spaß, das ist wirklich so. Einmal und nie wieder. Ich sag's ja, ich sag's, ich sag's. Ich hab jetzt, ich bin aus dem Rhythmus. Ich weiß, dass es einfach ist. Aber genau aus dem Grund mach ich's mir unnötig schwer. Da hat man zwei wieder gesehen. Das war Glück. Stürzt jetzt schon die ganze Scheiße an? Nein, noch nicht. Aber gleich. Ist es soweit. Ich hab keinen Diddy dabei, aber ist okay. Die Stelle braucht man ja jetzt unbedingt nicht den Diddy. Aber dann vielleicht beim nächsten am Ende da. Oh mein Gott. Das ist so knapp bemessen, ey. Das war echt Glück vorhin. Da kann man von Glück reden, dass das von Glück war. Und war's ja auch. Dementsprechend. Aber, ja. Lassen wir mal Tod oder Gladiol sein. Und machen hier volle Bulle Turbo. Ja, okay. So kann man's schaffen. Wie ich das vorhin nicht geschafft hab, weiß ich auch nicht. Aber. Hätte ich's doch schneller zugeschlagen. Dann hätten wir jetzt noch paar Ballons mehr. Aber ich war halt geflasht von diesem schönen Anblick des Schattens. Ja, ähm. Okay, wir sehen uns wieder im nächsten Part, der auf jeden Fall am Dauer von Ventakon wird. Mit 8,5. Ähm. Steiniges Auf und Ab. Dann haben wir 8,6. 8,7. 8. Bosskampf. Und natürlich das K-Level. Und dann haben wir noch die letzte Welt. Also, noch einiges vorhabe ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Und. Kamera verruckelt. Und tschöp.